Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser kleinen Livestream-Ankündigung. Schön, dass ihr euch die paar Sekunden Zeit nehmt. Denn zuerst möchte ich euch erstmal allen ein gesundes neues Jahr wünschen. Und zwar euch und euren Familien. Ja, jeder der heute Abend dabei sein kann, den würde ich das natürlich gerne nochmal persönlich sagen. Naja, so ganz persönlich geht ja nicht, aber so halb persönlich zumindest. Denn heute 20 Uhr ist Livestream. Ich werde auf jeden Fall Rust weiterspielen. Das hat das letzte Mal so viel Laune gemacht. Ich denke, wir haben noch so viele Sachen, die wir da machen können. Und noch dazu kommt, dass wir heute Abend, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir haben vier Keys zum Verlosen. Vier Spiele Keys. Davon ist zweimal Rust dabei. Also, wer das auch spielen möchte, sogar mit uns heute Abend spielen möchte, mit auf dem Server möchte und so weiter. Der ist ja Public, also der ist öffentlich. Und ja, der kann das tun. Dann werde ich heute Abend zwei Keys verlosen. Und definitiv haben wir heute noch ETS 2 machen. Das habe ich euch das letzte Mal versprochen. Und da habe ich noch zweimal, einmal oder zweimal, ich weiß nicht genau. Entweder war es dreimal Rust oder zweimal Rust und einmal ETS, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ETS, die Deluxe Edition. Ja, die haben wir heute Abend auch noch raus. Also, seid auf jeden Fall dabei. Wann die Verlosung ist, weiß ich noch nicht genau. Fakt ist, 20 Uhr geht der Livestream los. Ich hätte gern schon eher angefangen. Leider ist es nicht möglich, weil heute 18 Uhr ist Resterfressen von gestern. Und ich bin so voll, Alter. Ich habe bestimmt, also ich fühle mich, als hätte ich in einer Nacht 18 Kilo zugenommen. Unglaublich. Aber wir hatten eine sehr, sehr schöne Feier. Wer der Mütter übrigens war, bei unseren Krimi-Dinner, das kann ich euch heute Abend auch noch verraten. Ja, und alle, die heute Abend nicht einschalten können, denen möchte ich jetzt nochmal sagen, euch und eurer Familie, ein gesundes, neues Jahr. Ja, und vielen Dank, dass ihr mich immer so fleißig unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. So, und den Rest, den sehe ich heute Abend, 20 Uhr. Ich freue mich riesig auf euch. Bis dahin, euer Mannus. Tschüss.